Herz, Fuß, äh, Gruß. Ich bin der Gründer von Kanal Teleportal. Mein Name ist Gerhard Hongbacher. Der Deutsch-Taler kommt. Die wichtigste Währung der Welt. Kanal Teleportal ist einfach genial. Wir machen weiter mit dem spirituellen Scheiß und ziehen damit weiterhin den Leuten das Geld aus der Tasche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017